Eurodance! Lang nicht mehr gehört. Wird mal wieder Zeit, ich drück einfach auf den Enter-Button. Und jetzt sollte sich automatisch aus dem Internet die Informationen holen. Das ist super für so Aerobik-Training. Das ist super, wenn man ein Aerobik-Studio hat, kann man das nicht einfach die ganze Zeit innen laufen lassen. Super! Pause! Warte! Jetzt geht's weiter. Warte! Pause! Ja, ausschütteln! Ausschütteln! Locker machen! Den Mädels, die vor einem sitzen am Arsch gucken. Ist das Fred don't have sex with your ex? Ist das das? Ist das glaube ich? Fred don't have sex with your ex! Oder? Nee doch nicht. Hey! Na 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 na! Ähhstrom, exorbitant. Ein kleiner Sprung.